Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei BRB und heute ist es soweit, ein Novum Tritt ans Tageslicht, wobei es gerade regnet wie sonst was, denn der gute BS Royal ist heute mal nicht dabei, der musste schlafen gehen, aber der gute Zwiebelpeter hat gesagt, ich mach weiter mit und da ist er. Genau, hallo zusammen. Das heißt, wir haben jetzt mal Zeit, um uns um die wichtigen Dinge zu kümmern. Um mal so richtig über den anderen herzuziehen. Und als der BS eben gegangen ist, hat er auch gesagt, er hätte einfach keinen Bock mehr auf uns, er braucht mehr Niveau. Jetzt wissen wir natürlich alle, wie verblendet solche Franzosen sein können. Und seitdem sieht, hat man die nicht mehr gesehen. Wir wissen alle, dass das Niveau immer unser Steckenpferd war und sein Steckenpferd eher wirklich absolut unterstes Niveau. Hätte man meine Mutter beladigt und so weiter. Die Bescheidenheit hast du vergessen. Ja, die sowieso. So, was ist denn jetzt mit Diamanten? Was ist mit Diamanten? Ja, wie viel hast denn du noch? Hier in meinem Inventar habe ich keine, warum? Wie? Ich habe keine Diamanten. Wir haben nur noch fucking zwei Diamanten. Hast du zwei oder was? Ja. Du hast ja wieder alles gegrabt, ne? Du Saftsack. Ich habe da letztens hier Glasfiber-Cable gebaut. Ja, aber sowas Wichtiges. Ja, es ist wichtig. Für was? Für unsere Jetpacks. Alter, wir haben Rohstoffmangel wie nichts Gutes. Ich baue jetzt die Jetpacks fertig. Dann kannst du mich aber mal. Ja, die müssen jetzt endlich fertig werden. Weil? Ich weiß überhaupt nicht mehr, wo ich war, ey. Hatte ich das hier? Ach du je. Müssen wir mal gerade gucken. Für was brauchen wir ein Jetpack, wenn wir noch nicht mal eine ... Oh Gott. Ach, jetzt komm jetzt. Ist aber mal gut hier. Wir sterben hier ein Rohstofftod. Kümmer du dich um Energieversorgung, würde ich sagen. Energieversorgung läuft. Ja, ja, ja. Guckert mal, Quar. So, die Dinger müssten wir ja craften, ne? Dafür brauchen wir Advanced Alloys. Hatte ich die schon? Ich hatte doch etwa 8 Advanced Alloys gebaut. Oh, das sind die ... Ich muss jetzt erstmal die Turtles muss ich jetzt erstmal für Dermont bringen. Acht. Wir brauchen drei ... äh, elf Diamanten. Wofür brauchst du elf Diamanten? Für eine Quarry. Also konkreterweise neun, weil zwei haben wir ja schon. Willst du jetzt wirklich eine Quarry bauen, oder was? Ja, natürlich. Wir haben noch genügend Energie. Wir können uns hier Löchern, Boden knallen ohne Ende. Das Ding ist, ich wollte eigentlich in den, äh, Twilight Forest und da die Dinger bauen, weil hier zerhackt das halt die Landschaft total, ne? Dann können wir uns ja noch einen Filler bauen. Warte mal. Einen Filler? Der ist nämlich sehr geil. Kennst du den? Nö. Ach so, hab ich gehört. Ich weiß, was er macht. Ja, der ist nämlich auch, glaub ich, gar nicht mehr so teuer. Insect brauchen wir. Du kannst aber auch alternativ ... gucken. Ob du nen, äh, Recycler und nen, äh, Mass Generator und sowas an den Start kriegst. Damit können wir dann theoretisch ja auch Diamanten klonen. Oder Yellow Ride. Mit nem Recycler oder nicht? Nein, nem Scanner und dann mit nem ... Mit nem Cloner. Keine Ahnung wie der heißt. Was für nen Scanner? Wir brauchen einen Scanner. Der scannt zum Beispiel jetzt mal ein Diamant. So, da kriegst du irgendwas. Ich hab damit auch noch nie hantiert. Und dann schmeißt du das Rezept in den davor vorgesehenen Replicator und der repliziert, ähm, unter Aufwand von X. Weiß ich auch nicht, ob das Energie kostet oder, äh, äh, sonst irgendwas. Keine Ahnung. Okay. Der braucht Teleporter. Teleporter brauchen wir drei Stück. Bräuchten wir pro Stück schon mal ein Dia. Was, was jetzt? Für den Replicator. Ja, der Replicator ist ja am Ende der Kette. Wir brauchen ja erst mal Scrap. Also wir brauchen, das Wichtigste ist ja erst mal, äh, ich glaub Recycler und, äh, Mass Fabricator. Das sind die Sachen, die man erst mal braucht. Mass Fabricator. Was ist das denn? Lapotron Crystal. What the fuck ist das? Ja, das ist so ein Diamant mit ... Ja, okay. Wir brauchen für alles Diamanten. Wir kommen ohne Dia ist nicht mehr klar. Ja, ich setze ja jetzt grad die Turtles noch. Die werden ja hoffentlich wieder ein paar freilegen. Hast du, okay, gut. Turtles. Die sind übrigens erst mal, äh, für mich. Was ist für dich? Die Diamanten, die wir jetzt finden. Ey, warum? Warum? Weil ich cool bin. Nein, Mann, du bist ein absoluter Verschwender. Das sagst du jetzt. Aber wenn du dann mal, wenn du dann mal die neue Rüstung anhast, dann wirst du nichts mehr anderes wollen. Mhm. Die ich dann vor allen Dingen auch nicht aufladen kann, das Jetpacken, weil mit deiner, mit deiner Pizzle, äh, Lava-Energie, da brauche ich ja sechs Jahre, bis ich ein, ein Jetpack voll habe. Ach, immer dieses Rumgenerve. Es wird richtig geil. Richtig geil. Wo bist denn du überhaupt? Ich mal jetzt hier, äh, genug, äh, Gänge. Also ich hab hier grad eine gefunden hier. Also ich bin jetzt hier grad unten bei den... Refill? Nee, Refuel, ne? Refuel, ja. Warum hast du das? Refuel all. Refuel all. Ja, siehst du, die hatte nämlich nichts mehr. Und dann, äh, was hatten wir mal? 75, oder? 50? Nee, 50. Okay. Die haben beide nichts mehr. Wo bist du denn, bei welcher Quarren? Direkt neben der Treppe ist ein Abgang neuer. Direkt neben der Treppe. Unten, ganz unten. Ach so, okay. Ich bin nämlich jetzt hier im Zwischenbereich. Tunnel 50. Hier stehen ja auch noch zwei. Haben wir vier, oder was? Dann haben wir wohl vier, ja. Ja, dann kannst du dir auch nochmal losschicken. Du weißt das System mit den drei dazwischen und so? Ja, Hase, weiß ich. Aber ich brauch dazu, ähm, Lava. Refuel all. Dann brauch ich Lava. Tunnel 50. Ich hab Eimer, wenn du die brauchst. Die hab ich jetzt über. Wie viele hast du denn? Zwei? Oh shit, die sind noch hier drin, ne? Ähm. Jetzt, scheiße. Lass mich mal. Jetzt fährt die mit dem Eimer los. Ja, und die ist schon über das Lava. Über den Lava. Nein! Komm her. Brauchst du Lava? Ich hab hier vier Eimer Lava. Hast du? Ja, cool, brauch ich. Wo bist denn du? Ich bin grad oben im, äh, im Hauptraum sozusagen und wollte mir grad noch einen Eimer anfordern. Oh, ich bin der Basti, ich bin müde. Entschuldigung, musste ich nochmal loswerden. So. Äh, danke. Hast du alle, ne? Da ist noch einer. Hey, bleib doch mal stehen. Da ist noch einer. Blöde Sack. So, jetzt kümmere ich mich erstmal hier weiter um meine wunderbaren Jetpacks. Wunderbar. Hatte ich das hier alles richtig ausgerechnet? Ich bin mir da nicht mehr so sicher, ehrlich gesagt. Die Jetpacks, ey, das sind echt... Ich brauche jetzt, erstmal brauche ich jetzt die Booster, die Engine Booster, so. Dafür brauche ich jeweils, ähm... 70 Diamanten, lass haurig. Ach ja, da brauche ich auch nochmal Dias für. Genau, dafür brauche ich jetzt die nächsten Dias, die wir finden. Kannst mich mal. Nein. Doch? Nein. Aber wie? Die brauchen wir. Eins, zwei... Ja, wie ein Loch im Kopf. Eins, zwei, drei, vier, 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 vier... Es sind ja auch nur... Ach, neun, zehn. Eins, zwei, zwei, vier, sechs Stück brauche ich nur noch. Da habe ich, glaube ich, alle. 20, 20. Die wirst du mir wohl noch gönnen. Nein. Die hast du mir einfach zu gönnen. Meint er. So. Da hast du sogar noch mehr. Das gucken wir erst später. Ich brauche nur neun. Ich brauche nur neun Diamanten für eine Quarry und damit hätten wir doch schon mal komplett... Ja, okay, da kriegst du sie halt zuerst. Uh. Oder... Da kann ich aber schon mal die Sachen hier bauen, würde ich sagen, ne? Hier, das... Das Heat-Vent-Gedöns. Was baust du uns denn da eigentlich für Jetpacks? Ja, keine Ahnung. Die will wir uns leisten können. Ach so, okay. Electric Motor. Was war denn das jetzt? Vier Stück, ne? Ach, ne. In jedem sind zwei... Ne, ein. Aber davon zwei. Hast du die Quarys ganz unten? Ach, Quarys. Ich bin immer auf Quarys. Hast du die, ähm... Äh, die Turtles jetzt von null gerade gestartet oder waren die schon irgendwo im Gang drinnen? Ne, ich hab... Ich hab die... Ich bin ja jetzt wieder an der Treppe. Ich würde auch da weitermachen, damit sie da meinen. Wo ich dir jetzt die neuen beiden Gänge... Ich kann's dir zeigen. Wo bist denn du? Ich komm gerade hier aus dem... Da, hier. Huhu. Ne, du musst ja weiter runter. Ja, aber hier laufen ja auch Turtles. Ach, wolltest du die runterverfragen? Oder was? Nein, ich hab die da hinten. Ganz am anderen Ende laufen die gerade. Ja, dann würde ich... Ganz den... Ich würde jetzt mal gucken, dass du... Ja, ich würde jetzt mal einfach, dass du in die Richtung gräbst. Quasi parallel zu den Gängen einfach mal in die Richtung, damit die auch weitergraben, weißt du? Wenn wir jetzt weiter nach Norden oder Süden oder was auch immer das Fables-Richtung sind gehen, dann meinen die irgendwann nicht mehr, weil wir ja nicht mehr in dem Bereich sind, weißt du? Ja, da hinten werden sie aber jetzt wohl noch meinen. So, und wo hast du jetzt deine? Meine sind hier. Da ist der erste und da ist der zweite. Ah, okay, hier. Und da wollte ich jetzt weiter in die Richtung. Super, okay, okay. Alles klar. Vielen Dank. Wiedersehen. Tschüss. Ich spiele da ein bisschen Kellerkinder. Okay. So wegen dir und so. Ich versuche, Motoren zu machen. Ja, ja. Mach dein sehr gut. So, warte mal jetzt. Das müssen wir nochmal rechnen hier. Also, jeder braucht mindestens zwei solchne Boot-Dinge. Die brauchen wir alle. Ein, das heißt, jeder braucht zwei Advanced Heat Vans, was wiederum heißt, dass wir zwölf Heat Vans brauchen. Was wiederum heißt, dass wir zwölf Elektromotoren brauchen. Was wiederum heißt, dass wir 24 Coils brauchen zuerst mal. Coils gehen mit Iron und Copper Cable. Okay. Haben wir überhaupt noch viel Copper, ey? Da habe ich mich auch schon langsam schissen. Nein. Ja, da hast du recht. Ja, wobei, hier sind zum Glück noch ein paar Ingots. Hier ist mir mal der Zeug her. So, Copper. Dann brauchen wir Iron, 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 Iron. So. Habe ich die Zange noch? Ich habe den Hammer noch. Und hier ist ein kleiner Kader. Ich brauche Fakul. Brauchen wir noch mehr. Coppercane dabei, oder? Achso. Ach, dieses Lagersystem, ey. Wie das einfach funktioniert, ist einfach wunderbar. Könnte aber ein bisschen zügiger sein. Ne, das meine ich jetzt mal so wertfrei. Aber ich habe gar nicht gedacht, dass diese, weil du ja auch alles mit Goldpipes gemacht hast, dass die Goldpipes ein bisschen zügiger sind. Ich weiß, ich weiß aber nicht, woran es liegt. Vielleicht gibt es noch Upgrades oder so, weiß ich nicht. Man weiß es nicht. Oh, das wird teuer. Warte mal, 24... Coils. 24 Coils, okay. Das wird teuer. Definitiv. 24. Na, super. 24 Coils. 24 mal 8 sind. 160. 192. 100, was? 194. 194, ja. Oder? Ne, 184. 164 mal 8 sind. 32. 32. Also, 192. Ja. 192 Copper Cable brauche ich. Ja, nee, klar. Ja, easy. Habe ich jetzt die Plates, ja. Woraus mache ich die aus Plates, ne? Ja. Plates machst du aus Plates. Scheiße, jetzt brauchen wir erstmal wieder einen Cutter, ey. Cutter geht aus Iron Plates. Ja. Ach du Scheiße, ey. Jetzt haben wir natürlich auch keine Iron Plates mehr. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Dann brauche ich auch mal wieder einen neuen Cutter, äh, Hammer-Dings. Ach, Kacke, ich habe schon wieder was vergessen mitzunehmen hier. Big fuck, ho-co-puck. Äh, Forge. Forge Hammer. Ja, geht noch so. Komm mal rein da. Komm mal rein. Ja, ich sage auch nochmal Prost. Ja, Prost. Trinken, du bekannt dich nicht. Nein. Mr. Antibiotics. Yes, man. Aber nur noch heute. Geil. Ja, finde ich auch. Was? Geh weg, du stinkst. Was hat denn der auf den Kopf? Okay, Cutter haben wir auch. Ich habe Flowers in the Head, habe ich hier. Was? Ich habe auch noch so einen komischen Zombie umgeknallt und der hat hier Flowers in the Head. Flowers in the Head. Yes. Warum habe ich denn auf einmal jetzt Copper Nuggets? Könnten die mal bitte wieder zu irgendwas werden, wo mich was anfangen kann? Aha. Jetzt sind das so unterschiedliche. Zack. Zack. Ich glaube, unser Copper wird nicht ausreichen, für das, was ich hier noch habe. Naja. Hauptsache Jetpack. Hauptsache Jetpack. Korrekt. Ja. So, was haben wir jetzt? Jetzt haben wir nur 20, 160. Nee. Knapp, aber reicht nicht. Ah, du Jemino. Das heißt, ich muss Copper suchen gehen, ey. Fuck it. Egal, wir können ja schon mal, können ja schon mal anfangen. Zack. 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 22 habe ich hingekriegt. Leider nur 22. Wirklich, es macht nix. Früher oder später. Brauche ich denn noch? Werden wir eine Cory kriegen? Glaubst du? Wahrscheinlich doch, sehr viel später. Was brauchen die denn noch? Die brauchen noch Tin-Item-Casing und Iron. Iron ist kein Ding und Tin-Item-Casing. Ich glaube, Tin ging auch zur Neige, oder? Durchaus möglich. Ich glaube, hier geht alles zur Neige irgendwie. Ja, das ist natürlich jetzt doppelt schlimm, wenn der Mind-Typ da noch fehlt. Der für uns, der Mining-Typ, der Basti, der hat ja für uns immer viel gemeint. Das muss man ihm ja lassen. Ja. Wenn dafür sonst nichts gut war, wenigstens fürs Meinen. Du bist schon echt gemeint. Aber immer noch nicht so gemeint wie was. Du bist schon echt gemeint. Ja. So, warte mal. Was hatte ich jetzt gesagt? Wie viel brauchen wir denn überhaupt? Zwölf. Warte mal. 24. Also auch 24, ne? Denke ich. Dann reicht es doch schon. 24. Dann reichen doch wahrscheinlich 12. Äh. So. Yes. Äh. Dütüt. 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 Äh. Dütüt. Dann noch. Zwölf Eiern. Ingels. Dann können wir ja eigentlich schon mal. Ein paar machen. Was bist du denn, Alter? Geh mal weg. Ja, ich bin der Bredibi. Alter, da kommt so ein kleiner Zombie an. Oh. Ich stehe ja nur hier vor der offenen Lava. Macht ja nichts. Macht nix. Schade, schade. Ja, ne? Und das, wo ich so viel Kupfer gefunden habe. So. So. Kann man das hier weg. So. Okay, gehen wir gerade mal ein bisschen Kupfer gucken, ob wir Kupfer finden. Hallo. Kupfer finden. Kupfer gucken. Kupfer gucken. Kupfer gucken. Kupfer gucken. Weißt du, wo die, ähm... Ja, die liefen wahrscheinlich hier, ne? Irgendwo hinten. Was? Na, naja, schon gut. Okay. Hä, na, wo sind denn die beiden Turtle? Welche denn? Die oben seien sollten. Ganz hinten. Ganz hinten am Ende des Ganges. Auf welche Seite? Rechts oder nach links, wenn ich reinkomme? Na, der ist ja nicht... In eine Richtung ist er ja nicht wirklich lang, der Gang. Also da, wo du... Da, wo der Gang länger ist. Ja. Okay. Aber ich hab hier schon mal ein bisschen Manuel Kupfer gefunden. Das ist schon mal nicht schlecht. Manuel Kupfer. Yeah. Manuel Kupfer. Der gute Manuel Kupfer. Okay. Äh. Oh, mei. Oh, mei. Vielleicht kriegt er da mal ein bisschen Respekt vorm Schil. Das ist ja auch schon länger, äh, klar. Ja, aber... Schreckend wenig Zeug hier. Und sonst? Äh, ja. Musst hier gerade mal, äh, gucken. Tü, Lüte. Ich bin gerade abgelenkt. Ja, ich merk's. So, jetzt bin ich wieder da, liebe Freunde. Ich musste eine wichtige Message loswerden. Mhm. An die Community, oder wie? Nee, an so einen Typen, der hier mitspielt. Ach so. Was, der liegt im Bett? Nee, nee. Ich mein den Typen, der auch hier drin ist. Dich quasi. Eine Message an mich? Oh, hier, hier hab ich Kupfer. Ja, ja. Ach so. So, hier haben wir noch ein bisschen Uran. Ach, noch mehr Kupfer hier. Sehr gut, liebe Freunde. Das kommt ja immer noch dazu. Er verbreitet den ganzen Scheiß. Er hat aber auch noch immer Glück, wie sonst was. Kupfer ohne Ende. Und findet den ganzen Rotz. Ah, die Royal, wie heißt die Royal 2? Natürlich. Selbstvalidieren. Ja, die... Ist mir schlecht, ey. Hab ich jetzt... Ja. Wo ist jetzt die... War da noch ein Gang? Nö. Eine fehlt. Es war hier nur eine unten. Eine hab ich im Gepäck. Ach so. Verzeih, Meister. So, dann machen wir die nämlich jetzt mal auf die andere Seite. Ist hier noch irgendwo Kupfer? Da bestimmt auch irgendwo... Na, sieht nicht so aus. Respekt, Basti. Respekt. Hast ja hier mal ordentliche Arbeit geleistet. Warte. Was hast du denn jetzt wieder? Ja, der hat die Gänge ganz gut ausge... Ausklappbustert hier. Ausgekratzt? Ja. Kann man ihm nicht lassen. Äh, kann man ihm lassen. Oh, hier, ein Slime. Slime? Ja. Machen wir mal in die Richtung. Die Royal 2. Geht da mal alles kaputt? Ah! Alter! Was ist denn hier wieder los? Was ist los? Ja, totale Eskalation hier. Uh! Das hat eigentlich nichts Besseres zu tun, als Bogenbobs zu vernichten. So. Oh, jetzt habe ich 160 gemacht. Ah, weiß ja gar nicht. Ei! Fehler! So, was habe ich denn? 19 Copper Blocks. Ist doch nicht schlecht, ne? Ne, ist super. Super. Wo bist denn du jetzt eigentlich? Ja, oben. Wir sind doch hier... Hier unten sind wir doch jetzt eigentlich durch oder noch nicht? Oder wie oder was? Wie kann man denn durch sein? Ja, so nervlich und so. Ja, dann sind wir schon lange durch. Ach ne, wir gehen ja jetzt hier weiter in den Raum, wa? Ja, ich verstehe. Ich verstehe. Etter understand it. Yes, man. So, ihr habt ja auch alles den rechten Weg. Geht. Dat jute Copper, wo bleibt es? Dat Copper. Was hat hier eigentlich? Kann auch nicht sein hier. Ach, das ist mein Aufgang, den ich öfter gehe, ne? Dann lassen wir den nochmal gerade. Was ist eigentlich hier? Marble? Ach, ich freue mich schon, wenn wir da mit Marble und allem montieren. Mit Marble? Ja, mit Marmor. Ach, herrje. Ich erinnere da an so ein schönes Haus, was mal in einem anderen Format gebaut wurde. So ein Pech, dass man die Sachen nicht importieren kann. Was allerdings war. War so ein schönes Haus. Bisschen zu groß war einer, jemand da. Ich wollte gerade sagen, es war auch eine wirklich sehr bescheidene Hütte. Hallo, ich kehre gerne alles unter den Scheffel. Ich hatte es halt. Solange der Scheffel aus Diamant ist. Ich hatte es halt. Was soll man denn machen? Jammei. So, das sieht alles gut aus. Da kommen die Cobber-Ingots, Junge. Da kommen sie. So, jetzt hier einmal törteln. Config Pulverizer, aber nicht Furnace. Ich bin einfach cool. 0,50. Rubbel die Katz. Haben Vorsicht Platz. Jo. Hoch. Ja, die hat ich schon Advanced Alloy. Ja, siehste. Boah, ich bin einfach ein geiler Typ. Siehste. Ich wusste doch, ich hatte irgendwo Advanced Alloy. Hatte ich doch schon irgendwo. Reicht das denn auch? Wo habe ich denn das... Und du hast jetzt hier beide Turtles schon aufgehoben. Ne, da hinten steht nur einer. Alles klar. Vergiss es einfach. Ne, ist gut. Ja, ja. Komm, ist gut. Ist gut. Davon braucht jeder 2, also 6. Und 6 mal 3 sind 18, ne? Ja. Boah, ich bin... Ah! Diamanten! Echt? Ja. Wie viele? Äh, 5. Ne, äh, 3. Das ist ja nichts. Ja, für mich reicht's fast. Baut dann aber bitte, äh, das sehr weit von unserem, ähm, Dings weg, oder was? Weil selbst ein Filler wird das ja nicht natürlich wiederherstellen, oder? Ja, also der, der Filler, der würde das dann alles wieder da reinballern. Also, die... Na, sag schon. Den ganzen Aushub sozusagen. Mit den... 1000 Steinen und Gravel und so. Der würde das dann schon wieder... Ja. Hinkriegen. Glaubt er. Mehr oder weniger. Doch, tut er. Du bist ja echt so ein ungläubiger Judas. So nannte man mich. Ja. So, jetzt gib mir das hier. Das reicht doch schon. Das reicht doch bestimmt schon hier. Äh, warte mal, wie viel brauch ich denn jetzt noch? Ich hab jetzt nicht richtig ausgerechnet, ne? Aber ein paar. Immer mehr, als man gedacht hat, dieses Jahr. Ja. Zwei mussten wir noch machen, ne? Zwei mal acht sind sechzehn, okay. Ja, zwei mal acht sind sechzehn, genau. Ah, dann reicht doch das. Zack. Dann einmal drumrum gelegt. Ja, mein Freund, da ist der neue Coil. Dem Coil? Dem Coil. Es ist ein wirklich tolles Coil. Und dann haben wir ein neues Motor. Ah. Wir gehen global, ja? Mit uns hier, du kennst. Ja. Wir müssen ein bisschen Englisch sprechen. Ja. Global Player und... Du kennst Global Player und Global Player Light? No. Global Player, Global Player Light ist Frankfurt O und Frankfurt M. Ja, der war nichts, der war scheiße. Der war super. Köstlich amüsiert. Ah, ah, ah. Arschloch. Oh, Lava. Oh, Lava. So, jetzt müssen wir die Coil. Dafür brauch ich Iron Bars und Iron Plates. Das geht doch, oder? Wie ging nochmal Iron Bars? Weißt du das? Eisenbarren? Achso, nee, das... Gitter. Ja, ja, diese Gitter. Gitter Sachs. Gitter Sachs. Witzig. Oh. Der ist... Witzig war der, witzig. Sehr witzig. Ja. Gitter Sachs. So. Baue ich mir jetzt endlich erst eine schöne neue Spitzhacke aus den Diamanten, oder was, Mike? Und ja, ihr fragt euch auch wahrscheinlich, warum wir in einer Session so viele Folgen aufnehmen. Das liegt daran, dass Karneval vor der Tür steht und ich über Karneval mit den Folgen hinauskommen will. Muss. Weil über Karneval kann ich nichts aufnehmen, verstehst du? Deswegen... Warum eigentlich? Weil ich das dann so anhören würde. Oh, Kobo. So, ne, etwa. Also fließend. Alles prima. Viva BRB. Du hast jetzt natürlich jetzt wieder die Leute heiß gemacht für ein dementsprechendes Format, ist dir klar, ne? Welches? Brilli besoffen. Naja. Brilli baut besoffen. BBB. Brilli baut hammerhart irgendwas. Nix. Mich wird es niemals betrunken bei YouTube geben. Es reicht schon, wenn es im RL so ist, sagst du. Ja. Es gibt durchaus Videos von mir früher, von vor zehn Jahren, wo noch so Handykameras so neu waren, weißt du? Heute ist sowas ja normal. Früher hat man halt alles aufgenommen, was man... Solange der Speicher gereicht hat, der war ja auch mal schnell voll. Aber da gibt es noch ein paar Aufnahmen, die sind echt witzig. Aber, ne, machen wir es lieber da hin. Auf welchem Kanal kann man die... Eben, das lassen wir mal lieber. So, jetzt aber zurück zum Geschehen. Wenn ich so viel rede, dann vergesse ich mal, was ich machen wollte. Und jetzt mache ich einfach Iron Plates. Ja, macht immer alle heißen, dann liefert er nicht. Versteht ihr? Es gibt auch noch geile Soundfiles von früher, die kann ich auch. Soundfiles? Ja, ich habe beim Kumpel, der hatte so ein eigenes... Ja, so eine Art Website. Okay. Und da haben wir uns in meinem Forum einfach... Haben wir irgendwie Scheiße gepostet. Ich habe immer irgendeinen Dreck gepostet. Was vollkommen zusammenhanglos ist, wie, weiß ich nicht, irgendeinen Mist halt. Und den habe ich irgendwann mal vertont. All diesen Mist habe ich vertont in zwei sechsminütigen Soundfiles. Okay. Das ist schon ein bisschen speziell, sagen wir es mal so. Aha, nennen wir es mal speziell. Das Kind ist speziell. Wie, war es das? Das ist der Timer, der abgelaufen ist. Was? Schon. Geht doch gar nicht. Das geht. Ja, warte mal, aber jetzt gucke ich doch gerade diese Gitter an. Wie mache ich denn die nochmal? Öh, Hilfe. Irgendwie war das doch. Hä? Ich weiß nicht mehr, wie die Gitter gehen. Gitter Sachs, komm mal her. Ach, nur so. Gitter Sachs mit doch. Gitter, bitte. So, warte mal. Dann so. Denk an die Kinder. Und so. Und dann die Motoren. Ach, verdammter Mist. So, das mache ich noch gerade. Wie viel brauchen wir davon? Ach, das kriegen wir ja noch gar nicht. Also, 12, wenn ich mich nicht täusche, ne? 12. What is this? Oh, Yellow Ride. Oh, nochmal. 12, da brauche ich aber noch mehr Bars. So. Äh, und die Bappenplatte. Plates brauche ich auch noch mehr. Was ist denn los mit mir? Äh, der Lieber ist los. Zack, nochmal ein Hämmer. Nochmal ein paar Plates rausgebuggelt hier. Ähm. Das reicht immer noch nicht. Da brauche ich noch mehr Eiern. Komm rum jetzt. Reicht das schon? Ja, das reicht. Zack. Und fehlen nur noch die Plates. Äh, ich könnte ja auch einfach rechnen. 4 mal 12 sind 8,40. Aber. I am to dump. Yes, yes. Zack. Das müsste eigentlich passen. So. Und. So. Und da sind sie. 12 Heat Vans. Ach, die stacken sich wieder nicht. Das ist ein Traum. Hast du noch mehr Dias gefunden? Nein, wirklich nicht. Schwachsinniger. Also, liebe Frauen. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge nochmal wieder. Und ja, da ist wahrscheinlich der gute BS-Royal auch noch nicht wieder dabei. Aber das werdet ihr aushalten. Ist ein bisschen ruhiger, ne? Ohne. Darf ich jetzt was sagen? Achso. Findest du? Ja. Ich glaube, wir haben es ganz gut kompensiert. Aber eher, es fehlt halt jemand. Ja, es fehlt halt. Die gute Seele. Ja. Vermissen. Ich gucke gerade in die Sterne und denke mir, er wird vielleicht gerade auch in die Sterne gucken. Und alles denken. Und die Träne sollte jetzt echt sein, die du dir gerade rausdrückst. Die ist so echt, wie nichts anderes. Die ist so echt. So echt wie deine Latex-Milch. Ja. Ja. Das erzählen wir euch dann in der nächsten Folge beim BRB. Also, macht's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss.